Herzlich Willkommen Leute zu einer kleinen internen Runde For Honor mit Krebs, Liquid, Nils, Vita, Kundon und TauTau. Hallo. Hallo. Da wir nur 7 sind, spielen wir mit einem Bot und wir spielen Herrschaft, weil es den Deathmatch Modus in privaten Lobbys noch nicht gibt. Ich denke, das wird noch kommen. Bestimmt. Ich bin mal gespannt. 4 gegen 3. Wir können das ja lustig machen. Wir wissen ja nicht, auf was für Levels wir uns so bewegen und wie krass wir uns jetzt eigentlich fertig machen werdet, wenn ihr hier 5er KDs habt und so. Ich habe meinen Charakter genommen. Hilde ist im Rennen. Hilde ist er und da fiel. In der Mitte steht unser Bot, glaube ich. Der Intelligenz muss auch nicht aushalten immer wieder. Sorry Kondran, aber er musste sich einfach betatschen. Wir haben Pausa und merkt das immer, wenn alle auf ihn draufhauen. Und das ist der Bot. Da war ein Spieler. Das war unhöflich gerade. Selbst für deine Verhältnisse. Ey, das sind zwei. Das ist uncool. Das ist uncool. Eigentlich egal, das sind Verboten, oder? Wer ging daneben? Ja, du hast den einfach vom Schild. Aua. Ah, du nimm die Axt aus meinem Kopf. Ja, entschuldigung. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ja, 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 ja. Hey, hey. Was war denn das jetzt für die ungeladenhafte Scheiße? Ich bin ja extra weggegangen. Ja, ohnehin. Hallo, ihr geht's nicht um Ehre. Erst kriegst du hier auf, da sind ja zwei. Ja, du hast mich einmal angefasst. Okay, okay. Jetzt war sie wieder hast. Jaja, jetzt war sie wieder auslaufbar. Hat mich keine. Der hat mich da angedeucht. Du gehst extra weg, damit's fair bleibt und dann das. Wir sind da bei C. Der springt mir jetzt bestimmt auf den Kopf. Nee, kann man nicht so gut auf den Kopf springen. Ja, wieder darf erst mal... Oh, da hat er gasiert. Hey, hey, alle Leute! Hey, den hätte ich gehabt. Den hätte ich gehabt. Den hätte ich gehabt. Du vermute es mir. Bam! Oh, scheiße. Da nimmt sich der C.R.E.P.S. einfach ein. Irgendwie so eingelöst. Ich hab noch kleine gegen die Team Camps. Ist der tot oder? Nee, der Bot war deine. Ich lebe noch. So, der Bot. Okay, entschuldige. Ich bin nur in der Handfall. Ich bin nur in der Handfall. Ey, wo kommst du denn? Ich hab dich nicht gesehen. Antwort! Da bin ich voll reingechargt. Unser Bot noch Hilfe ist bei der Gasse der Angreifer. Wow, so ein Desperate nehme ich euren Spot. Ist mir auch egal. Revier! 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 Ich bin drauf zu sehen. Ja, warum? Ja, und du rennst weg politisch. Häckle! Ich bin in die Arme gesprungen. Du hast mich weggedrückt. Du hast mich weggedrückt. Witter! Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ah, mach doch was du willst. Okay, solange wir noch die Mitte und A haben, ist alles in Ordnung. Sorry, aber den Kopf muss ich dir jetzt einmal erleichtern. Dieser Dis! So ein Disrespect hier! Ach, ich bin doch nach hinten ausgewichen. Ja, nach hinten ist auch die falsche Richtung. Welche wäre die richtige gewesen? Du kannst im allerletzten Moment auf die Seite von der ich angreife. Okay. Oder im allerletzten Moment geht es glaube ich sowieso in jede Richtung. Da weichst du sozusagen durch die Axt aus. Mal kurz bei uns auf dem Spot mich heilen. Ich verlieg gegen den Board. Oh Gott. Die zwei hier oben, mach den da mal bei zwei. Wie war das denn? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ich seh dich nie wenn du kommst. Da, da, geh in die Menge rein. Alles okay? Ja, ist jetzt okay. Ja, warte mal, warte mal. Ey, ich wollte gerade mal anders hin. Feier gegen den Crabside. Ich mach euch alle! Wie sieht's mit unserem Tod? Wir hatten ja immer hart, sehr gut. Hat einer schon mal wieder auf dem Schlagfeld und ihren harten Haufen? Ja, ihr habt's damit angefangen. Also du warst auf unserem Punkt. Unser Punkt. Als ob das ein... Ein Krieger die Bahn verpasst oder so. Ich seh nämlich. Drei. Ich nehm dir den mal weg. Ah, okay. Jetzt lass den doch mal da in Ruhe, so. Ja, das wollte ich doch machen. Ich war gerade im Menü, ihr Säcke. Ja, und du in dem Menü greifst mal an. Wieso warst du im Menü? Ja, weil ausversichtlich das Menükammerbin, ganz einfach. Nimm den mal weg. Also wie... Warum ist diese Scheiß-Tuse eigentlich so wendig? Und warum bekomm... Komm, den Bot schafft er! Hey! Deckel! Ich hab... Ich war leider auch noch Stamina. War er mitgegeben. Okay, wieder. Du darfst den Bot bekämpfen. Okay. Ich krieg auch den Bot nicht. Nils. Hau rein. Nein. Aua! Hey! Hey! Bisschen Tode-Gewalt, mein Mann! Kunrat, stirb! Hey! Der ist ruhig. Ja! Oh nein! Ja, immer schlag, ey. Okay, Briggi noch. Ja, wie ich einfach nicht ausweichen kann. Jetzt muss ich dann mal heilen. Ich geh um die Ecke. Ah! B! Oh, Nils! Das war gut! Ja! Kann man ja den Schalter drücken? Der steht doch doch auf den Stein. Das ist nicht... Ey, das wär jetzt echt cool, ne? Ich brauch Leben, Tau-Tau. Sorry. Ich muss mit einmal... Ja, ja. Bisschen. Warum hatte der Kerl den... Den Knopf, ey. Du standst halt die ganze Zeit da drauf, ey. So ein Präsentierteller. Aua. Ich hab keine Ahnung. Leider gerade am Fighten gewesen. Schau aber mal heilen. Wer ist der Typ da oben? Ey. Hallo. Jungs. Wer will? Ich hab wenig Leben, okay? Hallo! Ich bin... Nils. Soll ich schon wieder... Ne, ich glaub's mach was. Wir machen das jetzt wieder untereinander. Oh, komm! Wollt' dich nur tacklen. Nein, ich bin... Das ist eh verblutet. Jetzt bin ich vergiftet worden. Ich hab dich nur geschossen. Ey, weg da. Kein Walter. Da hinten läuft jemand. Lass mich laufen. Hau ab! Hau ab! Da, immer in den Bot mal hier. Hier. Ja, toll. Sehr gut, komm ran. Oh, jetzt geht der fest. Oh, ne. Was? Du... Du Sack! Du allein, digger Sack! Komm dran! Fang! Ich hab hier ganz schön viel Hilfe. Das ist euch bewusst, oder? So. Warte doch mal. Wie lächerlich dieser Charakter einfach ist. Muss man schon sagen. Seht gut aus für mich, ey. Das ist so bitter, ey. Oh, okay. Ja, warte. Okay, okay. Ne, ne, mach euch, ey. Nein, 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 nein. Ihr braucht beide dafür. Da hat sich keiner eingemischt, und wir... Ja, ist... Wir müssen das machen. Ah, jetzt. Ja. Will noch irgendwer auf mich einhacken? Klar. Klar, warte. Ah, Mist, jetzt bin ich im letzten Moment beschleun. Mita, wenn du so fragst. Ja, danke! Super! Aua, mutter, muss ich jetzt ganz gefallen. Alter, ich... ...ich... ...sehe überhaupt dich, das ist so angreifend. Aber das hat ja mindestens genauso viel mehr als die Hilde. Ja, ist mir egal. Die Hilde kann Feuer ab, weil die sich heilen kann. Warum brenne ich eigentlich immer noch? Weil du wieder durchs Feuer geraten. Weil mir war da gar keine Anzeige. Ah, Feuer! War ja nicht so nett. Das will ich jetzt aber nochmal sehen. Nils, willst du wissen? Nils hat ja auch ein paar gute Kämpfe gehabt. Ja, wenn das nicht immer so mit halbem Leben nur rein und so. Ja, ey, wir hatten ein faires 101 und dann kam Tautau angesprochen. Ja, und ich hab mich verzogen. Ja, okay. Ich bin fair. Wer hat mit Ungehörnhaft angefangen? Hier ist niemand. Okay, ich nehm aber einen anderen. Auch. Ich nehm nicht Dino Bushi, das wär noch blöder. Aber ich komm mit meiner echt langsam gut zurecht. Die Hilde ist aber die geilste. Dann machst du nix. Ja, der Roundhouse Swing ist schon zu mystik. Aber der Hilde ist auch so, ist gut. Stark mit Charakter. Drei Räder, drei Räder und ein Bauernopfer. Wieso ist das denn schon wieder? Fichtig. Das ist halt ein Wikinger. Die anderen haben halt richtige Rüstung an und du hast halt die Lumpen mehr, die da im Stall lagen. Guck mal, ich komm mal von Weißplatte auch schon mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Crash ist auch so'n Bauer. Das ist ja noch sein... Das ist sein Eimer, wo er die Sachen reinquert. Aufm Kopf grad sortiert. Das ist kurz aufgesetzt. Oh, ich brauch noch ne Rüstung, damit das besser aussieht. Warte, ich mach da grad mal noch ein paar Sichtschlitzereien. Auf geht er. Fuck, ich hab bei C vergessen zuzumachen. Du bist so ein Blöder. Ich hab nicht so gebaitet, Alter. Weil du das letzte Runde schon gemacht hast. Oh, sorry, Peter. Sorry. Du warst da schon am Befeiten. Alles klar. Was ist das? Wir wollten doch... Ja, ihr waren auch die Zwei. Das ist euch bewusst, oder? Ihr zieht hier die ganze Krone. Ich drück immer auf, wenn ich angreifen will. Ach, da ist ja einer. Mensch. Ich dachte grad, du fällst. Ah, ja genau. Aua. Oh, ich hab meine eigene Tücken gekillt. Och, ey. Das sind zwei, das sind zwei. Die ELP hat ja wieder einen Team-Attack gemacht. Ich dachte, du hörst zu uns. Das sind zwei... Ich war verwirrend. Guck mal, da wird ja voll zusammengeschlagen. Ich muss mich bei C heilen. Das ist ja okay für euch, oder? Was machst du jetzt deine Rache da an? Geht das? Hallo? Na klar, nee. Gefällt dir das? Nee, gefällt mir nicht. Jetzt hau ihn um! Das ist vollkommen okay. Ey, ich wollte hier grad einen Schlag machen. Du, du... Hat Nils wieder einen umgehauen? Nein. Ich hab doch gebluckt! Ah ja, der... Hä? Der Ball war durch. Aber der Bait am Anfang war einfach das Geilste. Ich hab noch extra gesagt, oh fuck, ich hab vergessen, es zu machen. Das ist auch so die Beat im Ab-Ausreden. Nee, aber... Und zack, taucht der Nils sich jetzt ein. Das ist wirklich... Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch... Witter? Sind sie hier auch? Lass mich in Ruhe! Ich hau an ihn! Witter, rennt weg, gell? Ja, natürlich, Harry. Oh, bist du verblutet? Na, Dalu hat mich irgendwie noch in der Crowd erwischt. Witter, warte, 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 warte. So, jetzt schau ich auch noch wieder ins Kreuz. Äh... Toll, von zwei Seiten, ihr Penner! Beiklinge! Hallo, das hab ja gerade ich wohl abgekriegt. Entschuldigung. Den nehm ich mit. Wir haben alle Punkte verloren. Da macht irgendeiner Stress. Der kleine Wetter hier macht Ärger. Ja, ich war das. Ich mach erstmal den Bot. Mein ganzes Sterben ist los. Fuck nichts. Machst du das? Oh, da... Oh Gott. Da will ich nichts zu tun haben. Dann kriegt er trotzdem auf die Schnauze, ey. Ja, von... was weiß ich hier, wie viel... Von allen! Der Tau-Tau von hinten, hier. Alter, ey. Oh, dann guck mal mit dem Tackle, ey. Der ist auch richtig bitter, ey. Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau. Oh! Was? Ich bin doch verblutet. Ja, weil Lick mir danach von hinten angegriffen hat. Tja, wenn du da auf einen Punkt rennst, also... Ja, ich musste mich irgendwo heilen. Ich weiß. Ich hab das schon verstanden. Hä? Ich hab sogar versucht, von oben auf dich zu springen, aber du bist zu weit gerannt. Tja. Ich hab die Woche versucht, die da runter zu schupfen. Ja, das hab ich gemerkt. War knapp. Ah, ja, ja, ja. Das lassen wir sein. Wir kämpfen. Okay. Sowieso einmal Dado getötet. Der hatte zwar kein Leben mehr, aber... Das guck ich mir an. Ey, Bot! Das war jetzt beinahe richtig schlecht. Oh, Nils, da ist aber ganz schön nah am Abgrund hier. Komm, Nils. Zeig nochmal was. Ich hab noch einen auf Lager. Bist du verblutet? Ich hab keine Ahnung. Das wär so geil, wenn er selbst runtergeschartt. Nils und Ehrenafter, Nils. Das wär witzig, wenn er da selbst runtergeschartt schwebt. Nils. Okay, Nils. Nils. Achtung, Tor. Der wird knapp. Oh, da mischt die. Ey, ey. Ach. Ja, danke. Danke. Ich will da nicht stehen. Ich weiß nicht, ob bei euch da hinten am Schalter jemand steht und der da das Tor runter macht. Ich hab aufgeschöpst, aber ich war zu spät. Also ich war glaube ich zu früh. Ich muss mal kurz. Ich hab einen Angriff gemacht. Den hab ich noch nicht. Das war diese langsamen Angriff von Tautau, oder? Der gewalt wirklich in Zeitlupe an. Du kannst nichts dagegen machen. Tja. Ja, zu dritt auf einen. Da waren wir eigentlich die ZO-C für uns. Das finde ich nicht gut. Keine Ahnung. Ich bin mal one on one geblieben. Ja, ja. Dann kam noch so eine Keule von Gundra, dann kam noch so ein Schwert. Ja, ich hab nur einen von denen. Einer hab ich dir mitgegeben. Ja, dann hab ich ja angefangen zu starten. Scheißer ja wieder. Was, was? Schau weg! Wer ist er? Dann dachte ich mich nicht heimgesonnen. Ja, ist okay. Kriegt er zurück. Ich hab jetzt auf der nächste. Das ist ein Lebensvorschlag, das war Unfälle. Ne, das ist meiner. Vorsicht. Moment, 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 Moment. Ja, das kann ich dir jetzt glauben oder es lassen. Was willst du kurz machen? Dann guck mal, da stich dich noch ran. Nee. Das war der erste von der Liste. Das konnte ich nichts führen. Das war der erste von der Liste. Das kann man verstehen hier mal kurz. Weg gehen. Eins, zwei, der Limmel. Ich wär zu dritt. Ey. Hack auf. Ich bin auch nie einer für mich da. Das lassen wir lieber. Da gehen wir lieber nicht hin. Wir sind zu zweit. Zu zweit ist ungefähr. Auch wenn wir zu 14. Hallo. Continuance. Achtung Talo. So, da war Vita. Wer fehlt jetzt noch? Kundran fehlt noch, ne? Wo ist Kundran? Warte doch die ganze Zeit hinten im Hintergrund. Oh sorry. Komm her. Ja warte, ich muss deine Typen hier drück machen. Was ist jetzt passiert? End Rage ist passiert. Fick dich doch komplett liquid. Jawoll, sehr gut. Komm, Spot annehmen. Nein. Warte, Moment. Hier mit deinem Scheiß-Buchenschaden. Ah, ich hasse es. Für Flieger. Ey, dreimal hintereinander hab ich X gedrückt und du warst einfach schneller als ich. Ja. Achtung, der lasst uns noch voll aus. Ey, warum? Ja. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, ich wollte dann durch, wo du dich dann in die Tür reingestellt hast. Der macht mir sein Spin to Win ey, da kommt der Tautau und dreht sich. Oh, jetzt sterben Leute. Ich bin ich nicht respawn. Ja. Ja, Moment, Moment, Moment. Komm mal heilen. Danke. Ja, sorry, ich bin auch gerade gedocht. Oh, ich hab's gar nicht gedocht. Oh, ich hab's gar nicht gedocht. Dann krieg ich dir noch eine nicht. Dann wir mal den Bot ausmauchen. Ja, das war der Bot. Ja, das war der Bot. Ja, das war der Bot. Ja. Den 3 müssen noch mehr. Das, du verblutest. Was ist los? Du verblutest. Darf ich mir! Alter was ist? Warum fällt der eigentlich nicht hin? Was geht denn mit euch? Craps, du kommt dem mega Tackle ab. Ich fall nicht hin. Der ist hinter dir. Ich hasse diesen scheiß Blutungs scheißdreck. Ah, sorg bloß. Es ist doch dermassen weich, dich aus der Ruhe zu bringen, Topper, das geht ja nicht. Ja, was, du läufst auch in unserer Basis hier, wenn ihr könnt. Ja, da ist vorn rum, ey. Oh Gott. Hier sind die lecklichen vier neuen Arm. Ey. Damit rübt er sich. Nebelmaschine an. Keiner weiß, was Sache ist. Schieß mir nicht in den Rücken, das ist unerernhaft. Das ist unerernhaft. Unerernhaft. Der Tauter verblutet, lass uns wegrennen. Ich lass ihn kämpfen. Ist noch einer von 101 da? Nils? Ah, Nils ist auch schon. Warte, ich heb den mal auf. Hey. Fuckst du den verblutet. Lasst ihr mich noch kurz aufnehmen von 101. Mach. Mach du bei. Ja, der war verblutet. Weißt du, das ist zu lang. Wie gut hätte ich locker geschafft, hätte er mich jetzt nicht. Ja, ja. Ja, hallo, ich hab dich ja wohl easy weggemacht. Ja, ja. Dann lass uns noch eins, Mann. Und 101-Duelle sozusagen bleiben. 101-Duelle. Wir können uns doch... Aber man muss es ansagen. Können wir uns nicht irgendwie im Spawn treffen oder so? Ja, genau. Von einer Mannschaft, wo keine Minions... Nee, das Problem ist... Ja, nee, oben. Oben irgendwo kann man sich doch treffen. Beim Spawn ist das Problem, dass die Minions die dann mit attacken. Wir machen das einfach so und wenn ein Duell ist, ist ein Duell im Schlachtfeld. Aber der Bot, wenn der halt angreift, der kann's halt nix machen. Aber der war selten da. Ja, das stimmt. Ich hab ihn eigentlich nie kämpfen sehen. Der ist auch viel zu stark. Das Duell muss angesagt werden und es muss sich drauf geeinigt werden. Okay. Es ist drauf geeinigt? Dann soll ich immer nein und renn weg. Ja, dann hauen dich alle unbedingt. Was? Wenn du verneinst, dürfen dich alle schlagen. Das Lustige ist ja, dass wir jetzt alle Blutungs-Champions haben. Extra für... Ich mach keinen Rage-Krieg, der Sowjetiker. Ich mach keinen Rage-Krieg. Ich hab keinen Blutungsschaden verteilt. Ich hab einen geileren Hut, ich hab ihn besser gefalten als du. Ich hab meinen Eimer dabei, Mann. Selbst wenn du einen Blutungsschaden gefaltet hast. Das sollte eigentlich mal ein Kreisel werden. Der hat's nur aus Versehen drauf gesetzt. Was sollte es werden? Ein Kreisel. Achso. Deswegen ist da so ein Besen dran. Ja, genau. War ursprünglich mal ein Stiel dran. Eigentlich ist das halt ein Staubschutz. Die schwer zugänglichen Ecken. Jetzt kommst du direkt links rüber, oder was? Ja, was ist... Dein Winx, oder... Ja, okay. Du bist nicht. Du bist nicht. Da, wo wir gerade gekämpft haben. Ja, genau da, wo wir gerade gekämpft haben. Ich hab Vita allein. Oh Gott. Geht nicht unter das Tor. Oh Gott. Was ist das? Ja, okay. Wo haben wir denn gerade gekämpft? Was macht was denn vor? Ach da, da, ich weiß es. Immer noch. Oh, hier, wir kämpfen. Den haben wir. Oh, da, hau. Okay, Mann los. Du bist tot. Liquid. Du bist tot, du weißt, du kommen nicht. Ja, doch, ich weiß es. Ich hab die ganze Zeit wieder auf X gedrückt. Oh nein. Wie ist das von Haus? Wo bist du? wie hat der bot gegeben da ich guck nur zu wer ist hier wieder gehen wir bitte zur seite das lass mich bitte was das ist meine ok shit habe ich überhaupt nichts gegen mich macht ihr denn gar nie zum ja wenn wir mal ein duell ja der bot getötet habe ihn habe ihn so der nächste bitte er war knapp der erste spin-to-win wir haben keinen point ich bin vergeben wir haben auch keinen punkt ich hole mir mal eben kurz um c danach ja da ist gekocht das guck ich mir an ich meine ich kämpfe nicht dagegen aber runterwerfen gehört auch dazu oder und da bist du schon arbeiten ja so halb wir aber wir haben kopf und ja komm ich immerhin das machst du jedes mal da stören uns die minions ja ich weiß dass ich in deinen schaden reingesprungen bin aber das meiste was ich an du bist hard live und ich war viertel live ja du hast aber den schlag angesetzt als du einfach noch ein schritt zu weit weg was ich mache ihn jetzt fertig dann also wirklich einfach nur zu weit weg der bot machte ich Nils wir sind hier der Vita greift mich einfach an ja ok ich nehme die Herausforderung an ne Vita hat ja nicht gecallt angreifen darf man ja ja ich call an aber ich lass achso warte warte heil dich erst voll hab ich mich auf den Duell gespräut ja dann treffen wir uns gleich nochmal oh Gott oh Gott der Bot Vorsicht ja ich bin dabei ja wer ist das noch runter ja komm runter wer ist ja bei C alles ah bei B ja kann passieren der Bot der Bot hat disconnected ja wer ist das und Piks jetzt musst du da runter werfen wollt ihr ein Rematch das geht so schnell ob Nils ist eigentlich das einzige was mein Charakter kann von daher hey hey warte 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 ach so das ist ein Bot ja dann hau den doch erst weg zack tritt in den mach dir das deine Waffe auf gib weg Crips sozial schnell ja oh nein warte 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 der haut ab hör Flieger ja dann haut man trotzdem nicht ab dann wird geblockt Kunrad ja dann doch jetzt riechen wuuuuh alles klar Nils ah der Bot hat mich fertig gemacht ich hab Schaden ich hab Schaden es ist halt mies dass der Bot mich runterkader das war nicht ah so oh Crips nein da ist er rappt aber war gut er ist auf C wobei ich irgendwie stark nachgelassen habe erst hast du ihn kassiert und dann hab ich nichts mehr getroffen dass du ja diesen Assi scheiß machst ja 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 Kunrad ich hab irgendwann weniger eingestellt du konntest ja nur NEIN der muss auch betriffen Perfekt ich hab das war wieder so ein Millimeterding wie bei Liquid von mir ist die Waffe wieder durch dich durchgegangen hier wer ist da in der Mitte ich bin frei ok ja gehen wir da rüber da liegt schon eine Leiche ne du hebst den nicht auf ok Moment ich heb mal den Typen auf der Ecke nein der Bot der Bot der Bot du hebst den nicht auf ah der Bot alter das geht zwar nicht wir kämpfen ich zieh mal den Bot weg ja bitte ey dieser Bot ist so assi das tut's doch nicht der macht mich voll fertig also der Bot hat mit dem Fall auch mehr Probleme gehabt als die Blicke aber wer ist gestorben? ja ich bin auch gegen den Bot gestorben erlaubt also gegen den Bot also gegen den Bot du wärst dann auch tot du wärst dann auch tot du wärst dann auch tot alles klar ok Nils ich hab mich gerade umgedreht und des gezinkt ich kann nicht mehr blocken du musstest dich eh heilen also dass du gestorben wirst ist das nicht stimmt wär sowieso gestorben Nils erstmal wird der Armbrust du wärst sowieso in den Genick geschossen Nils erstmal sterb wieder mal hinten haut doch einer ab ach ne ja dann müssen wir mal kurz den Bot töten zumindest der Bot ist hart er hat auch den miesesten Charakter ey er ist der mieseste hier hier wir haben wir ein Duell wir haben wir ein Duell oh was war das ja jetzt die ok ok ich schnetzle mich hier gerade unter den Minions ich komm ihr haupt einfach die verdammte Reichweite das ist der Wahnsinn ich komm gegen die Reichweite nicht an ja weil ich gegen die verdammte Reichweite nicht ankomm ich hab halt nur meinen Besen steht dabei ja überschworm Feld oh da ist der Nils dem Tode geweiht außer er richtet mich hin aber schafft er nicht aber kein Execute ja ich verblute eh du kannst die Geschichtslidee erzählen wie der Kampf ausgegangen ist also ich seh nicht dass da du gestorben bist komm mal hier rechts runter hier ich bin bereit Nils ich bin so von dir aus rechts ich bin bereit Nils ich bin bereit Nils 2-0 für mich Hi Vita das war Nuln nicht das war Nuln nicht ok jetzt nicht mehr Preise Krapz kommt zurück Nils ok Warte ja sind wir bereit ich bin bereit ja hier fehlen so viele gerade aber es kriegen wir was hin irgendwie noch keine Ahnung ja genau das vom Timing herst du boah der wollte du wollest ey ah das ist so schnell das Ding genau vom Timing her hat schon fast gepasst on guard ok alles klar ja also warte momentan ja 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 mach mach alles gut alles gut das war keine Absicht ja ja mal gucken wie es bei denen da drüben steht Obacht Minions ja oh sorry dieser Tritt da ist dann Nils wieder dem Tode geweiht lau rein Nils was kann das was hab ich mir jetzt geheilt was ey du bist gestorben du hast dich stärker gemacht du hast keine Heile ok wolltest du Torte oder was das lassen wir sein hey ja wieder wir leben ganz zusammen zum Urspanien ja wir sind sowieso im Tode geweiht und daher ja du bist auch im Tode geweiht ja du bist auch im Tode geweiht jetzt fragt du bist ein ein Assi ah was und ich krieg die Doppelachse aus Zorn die wollte mich hier runter hauen ja ich weiß alles gut na klar ich wollte einfach den verdammten Bob ins Geräts das macht man aber hallo das ist ja wohl das was mein Charakter am besten kann aber du weißt schon dass du auch hättest einfach so sterben können dass ich das schon lange hätte machen können bei dir ja und ja das gehört dazu ich wollte grad sagen also das ist ja das das ist das was mein Charakter am besten kann als ich mit wen ich vorhin gekämpft habe mit Nils da haben wir gesagt wir werfen uns nicht runter aber das ist ja was anderes du hast ja ja abgesprochen na du was ich würd sagen dann nimmst du ja immer den Berserker und schmeißt die Leute nicht im Gegend wir waren alle den Tode geweiht mich hat der Bot niedergehabt und ich hab's mit Nils nicht wiederbeleben lassen also ich will's dann natürlich machen ja was hab ich's denn weiter machen das Spiel ist halt zu Ende das ist das Game ja das ist schon ist okay ist okay danke ich hab immer 100 Punkte wenn es euch gefallen hat Leute lasst ein Like da schau mal vorbei wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut bis dahin und haut rein tschüss